Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Hogwarts Legacy, meine lieben Freunde. In der letzten Folge haben wir den Kampf mit Bravour bestanden, möchte ich sagen. Es war relativ einfach. Gott, ich weiß es ja nicht. Ja, nee, es war natürlich sehr schwer. Und ich glaube einfach, man muss sich mehr konzentrieren und wirklich Dinge abarbeiten in den Kämpfen. Also, und vielleicht mit den Zaubern, dass hier nicht irgendwie plötzlich Reparung gemacht wird. Weil das ist einfach Zeit, die gewastet wird. Und man braucht genügend Tränke, so. Vielleicht auch mal bessere noch. Vielleicht gibt es das ja irgendwann noch. Und ich will meine eigene Tränke brauen. Wir müssen mal weiter in der Story. Ich will mal jetzt hier, wir sind ja, haben ja irgendwie noch nichts geschafft, habe ich das Gefühl. Wir haben natürlich mal Talente, wir haben nichts. So, wir gehen jetzt zu Professor Hecke zurück. Denn, ja, wir hatten ja den Auftrag da, diesen Kampf zu gewinnen. Haben wir gemacht. Easy peasy. Und weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Hier ist doch bestimmt wieder... Aber da hinten. Ha! Da hinten aber. Freunde. Zack, wen haben wir hier? Lachlan, der Schlagsige. Aha. Ja, naja. Lucky. Ja. Deine Ausrüstung, der ist ein Verkauf und unterstützt für Ausrüstung. Ach, okay. Das wollen wir uns doch mal gerade angucken. Äh, Inventory. Nee, Ausrüstung. Stimmt, hier ist alles voll. Okay. Hier können wir schon viermal Handschuhe verkaufen irgendwie. Beziehungsweise die hier vielleicht nicht, wenn man die hier verbessern kann. Äh, müssen wir mal gucken. Vielleicht... Ja. Ähm, gehen wir jetzt doch erstmal nach Hogsmeade. Ein paar Sachen verkaufen. Ehe wir jetzt hier rumlungern und was finden und das nicht aufleben können. Ach, hier war abgeschlossen. Pass auf, dann gehen wir mal gerade nach Hogsmeade und verkaufen ein paar Sachen. Das ist doch eigentlich gar nicht schlecht. Dann kriegen wir auch mal Geld. Äh... Wo verkaufen wir die Sachen denn? Sportbedarf bei Kleidungsmenschen. Oder... Wo? Wo gab's denn, ähm... Das ist ja Olive Renders. Tja. Tatsächlich eher hier, würde ich jetzt behaupten. Wir reisen erstmal hier hin. Wir reisen erstmal hier hin und dann gucken wir uns nochmal an. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht, ob es unterschiedliche Preise gibt bei unterschiedlichen Händlern. Das ist... Weiß man nicht. Wir können ja direkt hier mal gucken und vergleichen. Hier ist ja der Tranktyp. Kann man bei ihm überhaupt... Ähm... Ja, könnte man. Äh... Und das hat also den Verkaufswert und den wird er auch nehmen. Das ist ja schon mal ganz gut zu wissen. Hier habe ich jetzt aber nur die Sachen, die ich nicht anhabe, oder? Also da vier. Vier. Sehr gut. Es schadet nie, meine Vorräte aufzufüllen. Warte mal. Das hier haben wir neu gefunden. Boah, das ist ja nicht gerade fast verstanden. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Geld. So, liebe Sachen, behalten wir mal. Da können wir uns eigentlich auch direkt nochmal Tränke kaufen. Oh, der hat keine mehr. Das ist natürlich scheiße. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Na gut, mehr wollten wir ja eigentlich ja erstmal nicht machen, ne? Dann können wir auch erstmal wieder zurück. Nach Hogwarts. Und gehen dann einfach direkt zum Professor. Ah, Freunde. Ja, wir müssen jetzt mal in der Story weiterkommen. Ich will fliegen. Ich will Talente. Ich will gewinnen. Oh, guck mal, hier gibt es einen Auftrag. Kannst du mir helfen? Ähm, hallo? Hast du mich gerufen? Ich dachte vielleicht hat anderer Hufflepuff die Ausdauer mit mir ein Abenteuer zu erleben. Genauer gesagt folgen wir einer Schatzkarte. Du hast doch nichts gegen eine kleine Verschnaufspause vom Kampf gegen Trolle, oder? Au. Ich habe Poppy gefragt, aber sie konnte sich nicht von ihrem Knuddelmuff losreißen. Ich habe zwei Karten gefunden. Beide führen zu Orten rund um Hogwarts. Willst du dir eine ansehen? Ja, klar. Beide. Deine Hogwarts-Schatzkarte folgen? Ich bin dabei. Wunderbar. Hogwarts fasziniert mich. Du kannst den Schatz behalten, auf den deine Karte hindeutet. Ich will nur wissen, wohin sie führt. Wo sollte ich mich zuerst auf die Suche machen? Hm, nach einem flüchtigen Blick auf deine Karte würde ich vorschlagen, irgendwo bei Hackets Klassenzimmer anzufangen. Da müssen wir eh hin. Na gut. Ich gehe auf Schatzsuche, wenn ich Zeit habe. Na gut. Wir treffen uns hier, wenn du was gefunden hast. Ja, oder in unserem Gemeinschaftsraum. Äh. Also, wer wird denn daraus schlau? Treppe da hinten. Hier die Tür. Und das ist irgendein Bild. Okay, wir gehen jetzt erstmal zur Hacket, oder? Oh, hier können wir auch erstmal nochmal hier, äh, Dings machen. 3, 0, 5, also 2, ist auf 1. Äh, also der, der. Und dann haben wir 12, 4, 4, plus 1, ne? 5, also 7. 7, 9, äh, der Oktopus ist auf 2. Ja. Aha. Ja, Torbogen. Feenmütze? Boah, bitte lass die nicht gut sein. Ich will so nicht rumrennen. Äh. Verdammt. Sie ist gut. Wir müssen jetzt mit einer Feenmütze rumrennen, Leute. Okay. Dann sehen wir jetzt halt aus wie Gandalf. In Billig. Ähm. Haha, die Scheiße. Ach, die Scheiße! Ich weiß gerade nicht, was ich zuerst machen soll. Schatzsuche oder zur Hacket gehen? Ich bin mir sicher, fast bei Hacket. Ah. Wir sind hier, fast bei Hacket. Das ist draußen, ne? I think so. Aber wo geht's denn hier raus? In die Richtung. Warte mal. In diese Map, ne? Das finde ich echt nicht so geil. Ich weiß nicht. Wo ist dieser Innenhof sein, da, ne? Wo geht's denn in diesen Innenhof noch mal? In welcher Höhe? Ah, ein Nashorn-Skelett. Ich bin auf der richtigen Spur. Wo, 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 wo? Hier. Warte mal. Zeig mal. Na, ein Nashorn-Skelett. Ja, aber fangen wir da an? Oder wie weit sind wir da? Da, die Treppe. Das Nashorn. Treppe runter raus, denke ich. Das ist ja von hinten, also von hier. So, ne? Und dann geht's da die Treppe runter. Raus in den Hof. Und dann... Da ist der Brunnen. Ich komme immer näher. Durch irgendeine Tür. Warte mal. Hinterm Baum die Tür. Hinterm Baum die Tür. Und hier will noch jemand was. Die Deidalischen Schlüssel sind zurück. Genial. Ist alles in Ordnung? Was? Ja, tut mir leid. Es ist nur... Ich bin übrigens Nelly. Ich freue mich nur so, dass die Deidalischen Schlüssel zurück sind. Was? Was für Schlüssel? Die Deidalischen Schlüssel. Die hast du sicher herumfliegen sehen. Nein. Angeblich wurden sie vor Jahren von einer früheren Schulleiterin, Professor Maul, verzaubert, um den Inhalt einiger Schränke zu schützen. Professor Black hatte keine Lust, sie zu entzaubern und sie tauchen alle paar Jahre wieder auf. Versuch doch, einen zu fangen. Warum sollte ich? Jeder Schlüssel führt dich zu einem verschlossenen Schrank im Schloss. Wenn du den Schlüssel ins Schrankschloss bekommst, was nicht leicht ist, findest du vielleicht eine Belohnung. Warum beschwur Professor Maul fliegende Schlüssel? Ich habe gehört, dass sie damit Piefs von Wertgegenständen fernhalten wollte. Aber wer weiß schon, ob das stimmt. Er ist ein Poltergeist. Die kommen doch fast überall hin. Du willst die Herausforderung doch sicher selber abschließen. Oh, ich habe es versucht, aber ich komme nicht mal an die ersten Schränke. Vielleicht hast du mehr Glück. Ich will nur wissen, was in den Schränken ist. Komisch, die wollen alle mal irgendwas wissen, aber es nicht haben. Vielleicht versuche ich es mal. Das solltest du. Da bin ich anders. Ich glaube, ich habe sogar einen Schlüssel im Astronomieturm gehört. Halte die Ohren offen. Nö. Ich hoffe, du folgst wenigstens ein paar Schlüsseln. Wenn du einen Schrank öffnest, wüsste ich gerne, was drin ist. Ich bin ja erst mal gerade in einem anderen Auftrag, ja? Und zwar das. Oder? So. Also, wir müssen uns jetzt erst mal hier durch. Und jetzt? Ich glaube, ich habe es irgendein Bild. Ähm, warte mal. Noch mal reingucken. Also. Daran vorbei. Da durch die Tür. Ja, jetzt ist hier ein... Bild. Ja, aber dieses Bild. Wie finde ich das? Muss ich durch irgendeine Tür oder muss ich durch keine Tür, ist die Frage. Muss ich runter, muss ich hoch. Welche? Nach unten oder nach oben? Äh, äh. Ich will alles lernen und zwar schnell... Das sieht aus wie das Porträt auf der Karte. Also, wo ist der Schatz? In dem Porträt war eine Tür versteckt. Hahaha. Das ist wohl aus Arthurs Suche geworden. Okay. War jetzt zwar nichts Großartiges drin, aber immerhin. Ach, hier. Stimmt, das wollte ich mal. Lumos. Lumos. Äh. Ich sehe gerade nicht so viel, weil hier dieser blöde Zauber noch wird. Okay. Pflanze. Fenster. Und eine Art Sphinx. Blauer Boden. Oh Gott. Ich verspreche dir. Könnte das hier oben irgendwo sein? Oh, hier ist auch ein Hörsaal. In dem waren wir auch noch nicht. Scheint musikalisch herzuzugeben hier. Schloss. Ach Gott. Manchmal kann man in der Bibliothek... Eine Art Sphinx. Wo ist hier eine Art Sphinx? Ehrlich gesagt möchte ich gar nicht mehr so oft nach Hoxhain. Harry Pippin hat mich mit diesen Wundreinigungen... In dem Raum waren wir auch noch nicht, oder? Ich glaube, hier unten sind überhaupt keine Fenster mehr. Hier sind noch nicht mehr die Bögen, wo wir gerade waren. Also das kann eigentlich nicht sein. Ich könnte jetzt ein Butterbier aus den drei Besen gebrauchen und ein Gespräch mit Sirona... Scheiße. Wie hab ich denn hier jetzt gelandet wieder? Scheiße. Hier waren wir ja eben. Würde das hier oben sein? Wer bin ich denn jetzt? Alter. Ein extravante Hut mit Spinnenwebmuster. Oh, bitte sei gut. Der ist besser als der, den wir jetzt anhaben. Was hab ich getan? I don't know... Und da gibt's hier ein paar Sachen. Bin ich jetzt von irgendeinem Turm auf den anderen? Darüber? Das ist ja krass. Okay. Nicht schlecht. Okay, das war nice. Aber immer noch... Kein Spur von Sphinx-See. Was ist hier mit eigentlich? Hä? Folgt die mir jetzt immer aus? Ja, Scheiße. Was soll ich denn mit der machen? Die muss da dran. Die muss da dran. Aber ich kann... Ich hab noch nicht den Zauber um die da, äh, oder? Ich kann grad überhaupt nicht zaubern. Ja, die gehört da auf jeden Fall dran, aber... Ich wüsste grad nicht, wie ich die da hinkriege. Ohne diesen... Die ist sowieso jetzt irgendwie weg. Wo ist die denn jetzt eigentlich hin? Oh Gott, keine Ahnung, ey. So viele Geheimnisse. Ich weiß auch nicht, wer hier ganz der Klavier spielt, ehrlich gesagt. Guck, da ist auch immer der Design. Froschchor. Ach so, hier sind wir hergekommen, ne? Scheiße. Später nochmal hin. Ich glaube, wir brauchen diesen anderen Zauber, glaub ich. Womit war richtig da... ...bemsen kann. Ähm... Ja, Leute, keine Ahnung. Ich find tatsächlich nicht... Ich weiß jetzt nicht mal mehr, wo das Bild überhaupt war. Hier. Das ist ja auch so ein schöner Pflanzenkügel. Den hab ich immer noch nirgends wo gesehen. Nee. 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 hier ja noch am ehesten sind von der umgebung her aber das hat ein schloss geplättete rüstung tja freundlich ist ja wirklich praktisch Ich freu mich darin zu. Können wir uns einfach mal sehen? Nee. Ich wollte schon mal sagen, wir hätten meinen Zauberstab verloren, nur um wiesliche Aufgaben. Ich glaube, den finden wir so schnell nicht, den Ort. Habe ich irgendwie das Gefühl. Vielleicht ist es schwerer geworden, ich weiß es nicht. Hier kommen wir jetzt wieder in den Dings, hier sind wir schon einmal lang. Ja gut, okay, dann lassen wir das jetzt erstmal ruhen, würde ich sagen. Und gehen jetzt mal kurz zu Arthur Plummy zurück. Gucken wir mal auf der Map. Ach, Freunde, da ist schon viel zu entdecken. Das kann einen auch ein bisschen überwältigen, glaube ich. Mein Lieberhergesang ist so ein, ey. So, da sind wir ja schon. Äh, bist du nicht hier? Ach. Oh, Alter. Wenn wir mal so einen Blumenkübel sehen. Weißt du schon mehr? Ja. Hallo, Arthur. Ich wollte dir sagen, dass die Karte zu einer Tür führte, die in einem Porträt versteckt ist. Oh, wie clever. Meine führte zum Bootshaus. Kaum hatte ich den Schatz gefunden, kam der Schulleiter. Er hat mich verscheucht, aber da hatte ich schon ein paar Galeonen eingesteckt. Was hast du gefunden? Ich glaube, ich habe die Uniform eines Historikers gefunden. Oh, du Glückspilz. Dann hatten wir ja beide Erfolg. Toll, dass du mitgemacht hast. Weiter geht's zum nächsten Hogwarts-Geheimnis. Ob ein schneller Blick durch Weasleys Büro wohl etwas Interessantes offenbart? Mega-Power-Trank. Sehr gut. Alles klar. Dann haben wir das ja erledigt. Und wir sind jetzt ziemlich nah hier an Professor... Hackett hätte ich fast gesagt. Hackett. Wo ist der? Wir müssen erstmal den Auftrag hier... Ach, die Schlüssel müssen wir auch noch machen. Dann nehmen wir jetzt erstmal das. Was war hier? Ich weiß es nicht. Irgendwas zeigt er mir hier an. Erstmal runter, erstmal runtermarschieren. Das war die Nummer, wo man hinten noch muss. Da ist sie ja. Hallo. Ich hoffe, Mr. Brattleby konnte Sie unter... Ich habe Ihre Aufgaben alle erledigt, Professor Hackett. Schön. Dann sollten Sie nun bereit sein, Incendio zu lernen. Sollte, Professor? Ja. Leider habe ich genug unvorsichtige Kollegen im St. Mungo-Hospital besucht, um zu wissen, dass Feuer ein launischer Diener ist. Ihre Zauberkunst hat mich bisher beeindruckt. Aber konzentrieren Sie sich bitte. Es wäre mir lieb, die Lektion ohne brennende Roben zu beenden. Beginnen wir. Denken Sie daran. Die Zauberstabbewegungen sind entscheidend. Ja, ich weiß. Konzentration. Und halten Sie den Zauberstab ruhig. Gucken Sie... Incendio... Feuer. Ja, ich will auf keinen Fall hier erst mal Reparo haben. Der soll weg. So. Welcher ist denn der, wo ich... Wo ich Sachen hochheben kann und dann Transformation... Und dann Transformation... Doch, dann geht das doch. Aber kann ich das auch damit schwenken? Ich weiß es nicht. Wie mache ich denn alte Magie mit X? 3. Incendio... Hohohoho... Und Level 12. Perfekt. Gucken wir mal, gerade wir hatten glaube ich ja auch noch eine neue Mütze. Weil das der will ich ehrlich gesagt nicht mehr... Wir bleiben erst mal naturell. Äh... Neue Mütze hier... Boah... Die ist ja sogar legendär. Die ist natürlich nice. Die ist natürlich nice. Ich habe auch noch keine Ahnung, wie es mit den ganzen Verbesserungen... Und was das auf sich hat. Das ist alles... Ich tappe im Dunkeln. Ich tue es nicht an. Belohnung. Erscheinungsbild. Blabla. Okay. Gut, 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 gut. Das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall... Oh, hier nochmal. In Centrum. Sie werden besser. Bleiben Sie dran. Und versuchen sie, sich nicht zu... Ach, okay. Inzenden. Ausgezeichnete Abwehr. Okay, das ist nicht schlecht. Dann würde ich sagen, jetzt können wir doch tatsächlich erst mal die deidalischen Schlüssel machen. Dem Astronomie-Turm. Da waren wir auch schon mal. Ich glaube, der ist sogar hier. Welcher war das? Das war... Das ist der sogar? Oder war das der? Große Treppe? Große Halle? Nee, der war es. Also hier ja eigentlich nur hoch. Gehen wir hier, da sind wir direkt nach oben. Gehen wir hier, oder? Mach mal. So. Da, 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 da. So. Ja, im Astronomie-Turm waren wir ja auch schon. Ein deidalischer Schlüssel. Wohin der mich wohl führt? Was? Wo? Das ist nicht verarschend. Oder ist das Ding, was weggeflogen ist, oder was? Verarscht der mich jetzt? Wo ist was? Wieder mal auf Abenteuertour? Ich höre irgendwas, aber das könnte auch einfach das Ding da über mir sein. Echt Schrank. Wovon reden die? Das da? Das da. Da ist der Schrank. Wie bekomme ich den Schlüssel rein? Schlagen? Ja, was kann ich tun? Was muss ich tun? Ich verstehe nicht. Ich weiß nicht, was er da tut. Ich glaube nicht, dass er auf mich reagiert. Verstehe ich das? Ich kann ja nichts machen, außer zurück und schlagen. Was soll ich denn da jetzt schlagen? Riecht sich auch viel zu schnell. Großartig. Großartig. Oh. Eine alte Münze. Vielleicht kann Nelly etwas damit anfangen. Okay. Diese Schränke habe ich tatsächlich schon häufiger gesehen. Warte mal gerade. Reveille. Das ist nichts. Na gut, Leute. Da würde ich sagen, die Folge ist zu Ende. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Doch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder hier in Hogwarts. Und da geht es weiter mit Hogwarts Legacy. Und da bringen wir die Marke zu Nelly. Alles klar. Bis dahin. Sag ich tschüss. Macht's gut. Euer Brennan. Und da geht es weiter.